...wirklich holen kann. Lasst es euch sein. Danke vielmals, Markus Hilber. Viel Erfolg und viel Spass weiter hier an diesem wunderbaren Hobby. Danke vielmals. Action also auch in Zukunft bei der Modellisabahnerin Weil. Und da bei uns in der Sendung jetzt musikalische Action mit einer Formation aus dem luzernischen Judy-Huy-Connection. Musik 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 Jetzt gibt es Action auf dem See und zwar zusammen mit dem Werner Niederhäuser von der Skippergruppe Zürich